Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Dienstag, den 19. Juli um 10 Uhr. Heute sehen wir eine Gegenbewegung nach den Verlusten der letzten Tage, auch und insbesondere im Bankensektor. Der hatte ja gestern besonders zu leiden gehabt. Wir hatten im Bankensektor ja quer durch Europa Abgaben um die 2 bis 3 Prozent. Heute der DAX wieder etwas freundlicher um die Marke von 7.200. Pendelnd macht insgesamt einen guten Eindruck. Es bleibt insgesamt bei unserer Prognose eines volatilen Marktes für die nächsten Wochen. Es kann auch mal sein, dass der Markt unter die 7.000 rutschen wird. Das kann ich nicht ausschließen. Aber gleichzeitig rechnen wir auch mit kräftigen Erholungsbewegungen, beispielsweise wenn die Schuldengrenze in den USA aufgehoben wird. Schauen wir auf einige Einzelunternehmen. Novartis hat heute seine Zahlen vermeldet. Der Nettogewinn ist um 12 Prozent gestiegen. Das lag etwas unter unseren Erwartungen. Dafür ist der Umsatz relativ stark. Das hat natürlich auch mit der Übernahme von Alkan zu tun. Wir sehen Novartis grundsätzlich als eines der Pharmaunternehmen auf der Welt, das mit die beste Forschungspipeline hat. Einige Präparate jetzt im Bereich der Multiple Sklerose haben sich auch sehr gut angelassen im ersten Halbjahr. Und für das zweite Halbjahr sind neue Präparate, insbesondere im Bereich der Krebsmedikation, geplant. Novartis also vielleicht eine Chance, eine Turnaround Chance, wenngleich wir uns von Pharmaaktien von dem ganzen Sektor generell keine ganz große Dynamik erwarten. Schauen wir auf eine Empfehlung aus dem Frankfurter Börsenbrief der letzten Woche. Ein bisschen haben wir schon auf diese Woche gelugt bei Hermes. Das hat sich gelohnt. Der Umsatz hat um 12 bis 14 Prozent zugelegt. Lag deutlich über den Erwartungen. Im ersten Halbjahr hat man sehr, sehr gut abgeschnitten beim Gewinn. Man hat die Prognosen auch deutlich angehoben. Bisher war man davon ausgegangen, dass man 8 bis 10 Prozent im Umsatz wachsen wolle. Nun sind es 12 bis 14 Prozent. Insbesondere das Geschäft in den USA und in Asien, was sehr gut läuft in Asien, verzeichnet man in einigen Regionen. Umsatzzuwächse von 30 Prozent, das liest sich alles sehr, sehr gut. Hermes hat ein bisschen gedämpft, hat ein bisschen auf Understatement gemacht und gesagt, man könne die Entwicklung im zweiten Halbjahr schwer prognostizieren. Allerdings hat man die Prognosen insgesamt angehoben. Japan hat sich ungefähr so gehalten, trotz der Erdbebenkolastrophe und des Tsunamis. Das liest sich alles sehr gut. Der operative Gewinn war insgesamt auch über den Erwartungen. Deswegen an dieser Stelle, wer noch nicht dabei ist, kann sich hier noch engagieren. BMW, auch eine unserer Hauptempfehlungen im Frankfurter Börsenbrief. Da war heute aus dem Unternehmen zu hören, dass es im zweiten Halbjahr möglicherweise mit dem Umsatzanstieg nicht so stark verlaufen wird, wie im ersten Halbjahr, dass man mit einem leichten Rückgang des Anstiegs rechnet. Aber nichtsdestoweniger sind für die Automobilbranche nach wie vor sehr, sehr optimistisch. Und der Markt hat sich heute durch diese Gerüchte auch nicht abschrecken lassen. Ein Unternehmen, was für unsere Briffe wieder sensationelle Zahlen vorgelegt hat, war IBM. Umsatz über den Erwartungen, der Gewinn über den Erwartungen, das brauchen wir nicht zu sagen. Und auch die Guidance wurde für das nächste Quartal angehoben. Aber was sehr erstaunlich ist, man hat für das gesamte Jahr jetzt von 13,25 Dollar pro Aktie gesprochen und will aber bis 2015 in Richtung 20 Dollar pro Aktie durchstarten. Für uns, für unser Begriff, ein sehr gutes Papier. Für mich damit heute auch Aktie des Tages. Schauen wir noch kurz auf das Öl und dann mit einem kleinen Schmunzeln. Venezuela hat heute bekannt gegeben, wie hoch denn ihre Ölreserven sind. Und da staunt man was. Die sind innerhalb eines Jahres um 40 Prozent gestiegen auf 296,5 Milliarden Barrel. Damit hat man mehr Reserven als Saudi-Arabien. Und wir brauchen uns hier gar nicht darüber zu unterhalten, dass das Öl aus Venezuela von der Qualität nicht an das anderer Regionen der Welt heranreicht. Wir haben ja hier relativ schweres Öl, was teuer aus der Erde zu holen ist und was auch teuer in der Raffination ist. Und deswegen sind wir da ein bisschen skeptisch, ob tatsächlich an diesen Zahlen wirklich was dran ist. Man kann sie nicht überprüfen. Deswegen gehen wir mit solchen Daten eher etwas vorsichtiger um. Zu den anderen Zahlen habe ich heute nochmal ein Update eingestellt. Wie geht es die nächsten Tage weiter? Wir gehen davon aus, dass sich natürlich, ich habe es schon gesagt, in den nächsten Wochen die Volatilität erhalten wird. Aber dass wir jetzt noch bis morgen weiter anziehende Kurse sehen werden. Und dann zum Wochenschluss und Anfang der nächsten Woche wieder Abgaben, so in Richtung 7.000 bis 7.050. Das waren die Hinweise für den heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen bei Ihren Dispositionen. Alles Gute, Ihr Bernhard Klinzing. Vielen Dank. Vielen Dank.